Ja, Grüße! Ich melde mich eigentlich bloß ganz kurz und knapp einmal und zwar es geht um ein neues Intro bzw. das neue Intro-Design, dass es jetzt nicht mehr als, wie soll man sagen, einständiges Video eingefügt wird, sondern einfach als Overlay drüber liegt, ohne weitere musikalische Untermalung. Und es war ja auch noch ein kleiner, wie soll man sagen, Schreibfehler drin, auf dem ich freundlich hingewiesen wurde. Vielen Dank! Da war jemand sehr achtsam. Das freut mich, wenn da auch hingeschaut wird. Ja, und ich habe es nochmal ein wenig angepasst, damit es mit dem Greenscreen auch ein bisschen besser klappt. Wie gesagt, das nächste Video definitiv Freitag, die nächsten, lasst mich überlegen, 1, 2, 3, 4, ich glaube 4, 4 Vlogs sind auch schon so gut wie fertig und wir haben dann auch jeweils Freitag freigegeben. Also die darauffolgenden Freitage. Und wie gesagt, dieses Intro, das werde ich jetzt hier einfach mal drüberlegen. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020